Morgen! Hast du wirklich den Basilisken am Kolbstein gesiegt? Wahnsinn! Der soll total aggressiv sein! Also dann, kommen wir zum Frühstück! Angriffsleiter aufladen! Dankeschön! Großer Tag! Was hast du denn vor? Naja, die Pizarro-Türme... eigentlich... Oder wir gehen zum Bründelsumpf! Als Abwechslung! Ne, komm! Die Pizarro-Türme, wir müssen sie nur finden! Das könnte ein Problem sein, aber... na komm! Oh, Pizzeron! Brauchen wir! Stark! Also ich glaube, das hat sich schon mal ausgezahlt, sich mit dem Hund noch mal mehr anzufreunden! Alter, das dauert noch ewig, bis wir bei denen durch sind, ne? Wo könnte hier noch was sein? Hier hinten, aber... Da musst du irgendwie nach links kommen! Ich schau einfach mal... Ach, das ist der Fake Dungeon, ne? Ach, das ist der Fake Dungeon, ne? Ja... Sehen wir denn hier irgendwo irgendwelche Türme? Ja, das ist die Windmühle, aber von oben hätte man vielleicht ein bisschen besseren Ausblick, ne? Hm... Lass mich mal teleportieren! ... Automat und Aussichtspunkt! Und kein Dungeon? Jamoin! Das war's für heute. Also, da oben hätte doch noch einen Dungeonplatz, ne, eigentlich. Ich weiß doch gar nicht, ob wir da oben schon mal waren. Scheinbar nicht. Scheinbar doch. Aber wir, naja, vielleicht doch nicht. Gibt's hier Spezialsachen? Nicht wirklich. Gar sch- kurz erschrocken. Das war einfach. Das war einfach. Angriffsreiter Meteoriten. Moment. Wir haben doch schon einen Meteoritenschauer. Kann ich den doppelt haben? Tatsache. Okay. Ich mag den Meteoritenschauer. Die kann ich nochmal entspannen, oder was? Entspannung. Okay. Dann entspannen wir uns da jetzt einfach erstmal. Das möchte ich ja auch noch auf Max Wert bringen, ne? Wie ist man wahr, vor tausend Jahren durch ein Wald um die Beliesen zu gehen? Kapute Bäume, Höhlen, durch das Buschwerk, perfekte Verstecke für Hexen und Kobolde. Egal wie rational man auch sonst war, ein kleiner Teil des Verstands hielt solche Mythen immer für möglich und fühlte sich irgendwie beobachtet. Doch dann ging das irgendwie für lange Zeit verloren. Ein Wald war nur noch ein Ort, an dem man mit der Familie wandern ging, um ein wenig Ruhe zu erfahren und vielleicht Bären oder Pilze zu finden. Was ist das da unten nach der Fake Dungeon, ne? Jetzt wissen wir, dass Magie existiert und ich bin äußerst wachsam. Was, wenn Pizzen in der Nähe sind? Aber mir gefällt's. Es ist kein Ort der Erholung mehr. Hierher zu kommen bedeutet, sich ins Unbekannte zu wagen. Es hat Bedeutung. Es ist ein Abenteuer. Alles kann passieren. Wieso sollte man sein Leben hinter einem Schreibtisch verbringen wollen, wenn man es stattdessen in Ordnung wie diesen erkunden kann? Ja. Ich verbringe den Nachmittag an drei verschiedenen Aussichtspunkten. Hey. Hat aber lang gedauert, bis wir das mal gemacht haben, ne? Vielleicht gucken wir uns den Brunnen auch nochmal an. Aber. Erstmal gucken, ob wir das eine Ding nochmal schrumpfen können. Und wir brauchen wieder für sieben Pizzel. Wir haben zehn. Ah, das ist super. Dann kann ich ja noch einen reindrücken. Also. Amuletskis. Explosionen bei Ausweichen wieder. Oder wir den einen Einsack raus. Und packen noch einen Zweier. Ich habe nicht noch einen Zweier, ne? Okay. Willkommen zurück. Explosionen bei Ausweichen. Ach ja, ich sollte vielleicht meine Sachen verbessern. Tach. Hey, Samkele. Du bist also zufrieden? Zufrieden? Das ist der krasseste Dolch, den ich je in der Hand hatte. Einwandfreie Arbeit, Hannah. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich ihn poste. Doch. Hey, du stellst endlich wieder Selbstausrüstung her. Und soeben habe ich mein erstes Stück verkauft. Wie ich das alles vermisst habe. Du hast bestimmt viel um die Ohren, aber ich will das Camping meines Schmiede feiern und würde mich freuen, wenn du mitkommst. Oder dich würde sie schließlich gar nicht mehr geben. Könnte mein letzter Abend sein. Okay, Panzerung verbessern. Das machen wir aber mit... Ähm... Hier, mit dem Basiliskenpolst, würde ich mal sagen. Wo ist das denn? Okay. Schwert verzaubern. Wo sind die Teile drin, die wir momentan haben? Hier ein Resonanzschwert sieben. Entfernen, entfernen. Ab ins Heartblade. Zwölf physischer Angriff. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Statt zwölf nehme ich fünf Prozent. Das müsste mehr... Warte mal, 228 stand da gerade. Und jetzt 240. Also die Prozente werden hier gar nicht eingerechnet. Ein Prozent wären 2,4, das heißt, fünf Prozent wären zwölf. Das wäre dann das Gleiche, ne? Wie lasse ich das? Wir gucken mal, was hast du denn hier so? Zumindest bei den Amuletten können wir mal reinschauen. Wobei sie ja neues Zeug kriegt, ne? Ja. Wir verbringen den Abend mit ihr. Habt ihr etwas mit... Äh, Alraune? Und rauchen soll es. Ganz viel Rauch, bitte. Hätte ich nicht gedacht, dass es dir hier gefällt? In dieser Wahrheit hätte ich dich nie erwartet. Das scheint so gar nicht dein Stil zu sein. Hier treffen sich Hinterbergs Geschäftsleute zum Netzwerken. Es ist höchste Zeit, dass ich es auch mal versuche. Ey, Julian. Hannah, was zum... Hallo, Julian. Wirb mir nicht meine Angestellten ab, okay? Deine Stellenanzeigen kannst du woanders aufhängen. Nicht so toll, mal selbst einstecken zu müssen, ha? Oh, hast du endlich dein Rückgrat gefunden? Ob du es glaubst oder nicht, das gefällt mir. Mach das Ganze spannender. Tup dich nur aus. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Oasch. Du stellst ein? Ja, ein Lehrling. Der ganze Rechtskram nimmt so viel Zeit in Anspruch, ich kann einfach nicht mehr jede Bestellung selbst erledigen. Du hast dich ganz schön verändert. Echt cool. Ich werde tun, was nötig ist. Ich habe noch einen Brief aus dem Rathaus erhalten. Die Bürgermeisterin scheint mich doch noch ein bisschen drangsalieren zu wollen. Aber so weit gebe ich mich nicht mehr geschlagen. Ich bin jetzt auf alles vorbereitet. Ich habe mir sogar einen Anwalt genommen. Wir sind Anwalt. Danke für nichts, Hannah. Wir pumpen den Kopf vor. Gewerberecht, Unternehmensrecht und dem ganzen Kram. Aber zumindest fühle ich mich nicht mehr so ausgeliefert. Jeder ist seines Glückes Schmied oder ihres Glückes Schmied. Mein Geschäft ist mir zu wichtig, um mich nicht dahinter zu klemmen. Es wird leichter mit der Zeit. Mir war von Anfang an klar, dass du eine ganz besondere Beziehung zur Magie hast. Wenn du als Juristin so gut im Zaubern sein kannst. Wenn du als Juristin so gut im Zaubern sein kannst. Ach so, dann werde ich auch mit ein paar staubtrocknen Texten über Steuervorschriften fertig. Luisa, ich kann dir nicht genug für deine Hilfe danken. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Wenn du mal neue Ausrüstung brauchst, dann komm zu mir. Du bekommst alles zum Einkaufspreis. Dankeschön. Mehr Auswahl und vieles zu günstigeren Preisen. Schneegarino. Gute Nacht. Hast du vielleicht eine Warenliste dabei? Ich könnte bald welche brauchen. Aber sieh, wenn dir das gefällt, schicke ich es dir am Abend in die Pension. Ja, das ist cool. Noch eine Meteoritenschauer. Ja, komm. Ich nehme das einfach. Bei den Amuletten. Kettenschaden plus, plus. Das Problem ist, dass wir den... Moment, das kannst du dann bestimmt auch stacken. Nehme ich. Fein, sonst noch was? Nö, tschö. Danke, komm bald wieder in die Schmiede. Passt gut auf dich auch. Danke für alles nochmal. Kein Problem. Das war awkward lange, ne? Ich verbringe einen Abend im Grand Hotel. Salon Löwin. Okay. Die Achievements kommen so langsam, ne? Noch ein bisschen Entspannung. Mehr TP durch Meditation. Ich frage mich ja, was es noch so für Achievements gibt. Also 100 pro. 100 pro gibt es ein Achievement. Wenn du alle Stats gemaxst hast, ne? Das kann da gar nicht anders sein, im Prinzip. Guten Morgen. Ein Vögelchen hat mir gezwittert, dass du mit den Dantens am Kolmstand fertig bist. Wow, ich bin beeindruckt. Was möchtest du heute? Ich esse Kisch. Wachst du schon im Brüllen, sonnig? Ich liebe Kajakfahren. Ja, da gehen sie auch hin. Wobei, die bizarren Türme haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Wo sind die? Oh, bevor wir da einen Schritt gehen. Möchte ich gerne. Noch ein Beethoekenschauer dazu packen. Ah, schön. Also hier oben war nichts, aber immerhin... Warum ist hier so ne, so ne Kurve? Ach, weil das der normale Weg ist, ja? Oh, das gefällt mir. Klar war das jetzt, äh... Ein bisschen Banane, das alles hintereinander rauszuhauen. Aber ich wollte einfach mit Türmechenschauer noch ein Löcher haben. Ah, super. Ah, super. Ja, wie eine Braut. Steht da was mit Bizarre? Ähm... Um meine Frage zu vervollständigen, steht da was mit Bizarre Türme? Nein, nein, einesweil ist ein Waldlaberind. Aua! Aua, ne Schauen! Wow! Der war zu hit. Genau. Roll rein in den Meteoritenschauer. Genau, richtig gerollt. Auslandsweise, ne? Aber, die Frage ist immer noch... Wo ist der letzte Dungeon? Das ist Waldlaberind, ja, kein Problem. Der uralte Baum... Hier sieht das noch so... Ja... Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt aber mal zum uralten Baum. Ich möchte mal gucken, ob man hier vielleicht noch irgendwo weiterkommt. Das ist Fertigkeiten-Schrein, der da leuchtet, ne? Das sieht nicht so aus, als gäbe es hier noch was. Das sieht nicht so aus, als gäbe es hier noch was. Hier oben... Hier oben... Vielleicht... Vielleicht... Oh... Ich glaube, ich glaube, ich bin der Weinen. Das ist ein Problem. Ich glaube, ich bin der Weinen. Ich hab mich nicht da. Woops. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. das sieht nicht so aus aber mal gucken also hier geht es hoch aber nur zu einer Kiste ja und hier wieder runter Mist ja gut dann lass es nochmal hier hingehen das ist so Banane ey oh gosh da steht's Bredelbrot dran Kombo aus der Hölle wir haben endlich die fucking Bizarro-Türme er hat noch nicht gefunden aber alter ich dachte wir wären hier schon mal gewesen oder ja ok das hätte man auch einfacher haben können äh wird ja das ok endlich kann ich mir diese Ruine aus der Nähe ansehen ich studiere Geschichte mit Schwerpunkt auf mittelalterliche Architektur das ist voll meins Banger ach hier kannst du auch nochmal Picknick machen wir sind nicht hier zum Picknick machen wir sind bereit für die Bizarro-Türme endlich wir haben auch glaube ich echt viele Sachen jetzt für den Monster Club wieder gesammelt mal gucken was hier alles geht oder nicht geht scheiße oh das habe ich in einem ähm Vorschau GIF gesehen das wird wirklich bizarr das wird cool von der Steuerung glaube ich ein bisschen frickelig aber an sich äh cool gemacht ach so du kannst nur links und rechts ich dachte das dreht sich so ein bisschen im Kreis also das ist noch nicht das coole ne aber das hier lass mal gucken das ah ja eine Kiste die ich irgendwie beim Herlaufen nicht so gesehen habe eine Bunnyblade 8000 der brauchen wir scheinbar auch nicht mehr das geht auch nur zwei Richtungen die ja Münze jetzt schon Tatsache in der 20 Gedenkmünzen noice ich möchte alle haben aber ich habe schon wieder vergessen in welchen Gebieten wir die Münze noch nicht gesammelt haben oh Gott das äh ging so ne ich habe mal was gerafft oh stark oder sollen wir mal da links nicht drehen sondern erst mal hier ich will erst mal hier drehen gucken was passiert das war gar keine so schlechte Idee oder ich will ich gebe dir ja Oh ja, da haben wir den raus. Ah, ich mag diese dreifachen Meteoriten-Schauer, es ist halt ein bisschen repetitiv, na ja klar. Das ist halt ein geiler Angriff. Oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no. Nicht schon wieder die Türen. Äh, was ist, wenn ich jetzt hier nochmal durchgehe? Kann ich hier runterschießen? Nein. Ach, das Ding nicht gesehen. Okay, bevor wir da nochmal dran ballern, holen wir uns doch gleich mal die Kiste. Dann können wir da immer noch dran schießen. Ich tippe auf Leggings. Pust auf magischen Angriff, Triple Plus. Ja, magischer Angriff ist schon, schon auch cool, aber... Genau richtig, genau wie ich es geplant hatte. Warum dachte ich gleich nochmal, ich kriege die einfach so? Ach, da bin ich hochgekommen. Ich wollte gerade sagen, wo geht es da hin? Zurück, obviously. Muss ich die einfach mitnehmen? Ach. Ich glaube schon. Ups. Lingard, grützi. Schwer heißer Tag, ja. War schon krass heiß. Das stimmt. Übrigens, ähm, das mit dem Discord ist nochmal passiert. Und ein anderer Mod hat dich aus dem Discord erstmal rausgezogen. Und sie hat auch gemeint, bei einem anderen Discord... Bei einem anderen Discord, wo sie auch da ist, hatte das auch jemand das gleiche Problem. Und die Person hatte das Problem, weil sie ein Discord Nitro-Probe aber abgeschlossen hatte und dadurch gehackt wurde. Hast du auch ein Discord-Probe-Abo abgeschlossen? Falls ja, könnte das der Grund sein, warum das passiert ist. Hey, da ist die Leggings. Äh... Äh... Wie? Oh, gosh. Nein, bei sowas nehme ich nicht teil. Hm. Ne, dann, dann echt komisch. Seltsam. Wie komme ich denn hier an, an die, an die Windschose? Moment, wo bringe ich mich die Tür hin? Ach, hier. Okay, kann ich? Nein, da ist eine Mauer dazwischen, ne? Oh, warte. Vielleicht von weiter links. Also nur, falls du dich wunderst, was mit Discord gewesen ist. Ich war das nicht, aber... Okay, das ist scheinbar eine andere Höhe. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit... Ich gehe jetzt aber ganz kurz hier oben hin. Das dreht... Ach. Ja, gut. Äh, der Dungeon ist cool. Der gefällt mir. Ist nicht allzu verwirrend, ne? So. Gibt es gleich nochmal auf den Sack. Scheinbar. So, erstmal alle Tuch rütteln, ne? Oh, fast. Hm? Oh, four max. Stechnbar. So. 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 Oh, ich habe einen Töpfen. Oh, ich habe einen Töpfen. Ach, ich liebe Meteor-Schauer. Warum sollte ich jetzt hier irgendwas drehen? Okay, was dreht sie hier? Sheesh. Ach, ich komme da nicht hoch. Okay, also einmal zurückdrehen, links drehen. So, haben wir den Stempel. Bams! Richtig starke Pizarro-Türme. Und dann drehen wir uns hier wieder die Leiter her, ja? Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig. Sehr cooler Dungeon. Sehr, sehr schneeke. Und so haben wir auch. Fast. Oh. Die Kamera ist ausgegangen, sehe ich gerade. Die ist also auch hier jetzt überhitzt. Ja, krass. Das Problem hatte ich heute bei der Aufnahme auch. Ja, es? Egal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit eigenen Augen Magie sehen, wahrscheinlich kümmert es sie gar nicht, was Magie eigentlich ist oder was sie will. Sie wollen nur etwas Neues erleben und dabei ordentlich Party machen. Du aber nicht. Ich habe genug Abenteurer kommen und gehen sehen. Mir war vom ersten Tag an klar, dass du anders bist. Du erkennst, dass man der Magie mit einer gesunden Portion Ehrfurcht begegnen muss. Dass sie aus einem bestimmten Grund hier sein muss, nicht nur zu unserer Unterhaltung. Hast du eine Idee, was dieser Grund sein könnte, wenn du die Magie erinnern, wenn du den letzten Dungeon abgeschlossen hast und sie die Magie wieder in Luft aufgelöst hat? Du weißt, dass die Magie verschwinden wird? Nach der Eröffnung des Dorfmuseums habe ich es mit zusammengreimt. Ach, fahre ich ja Dungeon. Der Frau ist echt jetzt mittelrecht. Vielleicht besuche ich die anderen magischen Orte. Vielleicht fahre ich nach Hastings oder Venedig und schaue mir die Dungeons dort an. Daran habe ich auch schon gedacht, Baratsche zur Abwechslung mal wieder was Neues zum Singen. Wahrscheinlich bleibe ich einfach da. Wer weiß, vielleicht gehe ich ja in Politik. Die Bürgermeisterin bekommt harte Konkurrenz. Ich habe so das Gefühl, dass wenn alles vorbei ist, sie sogar ein Pizzelschlang darört. Wie gesagt, die Rümmungsau hat mich nie interessiert. Ich war nur im Fernsehen um meine Wertschätzung für die Natur mit anderen zu teilen. Warum nicht einen Schritt weitergehen und den Nutzen immer bald zum Gewinnen? Ich kann es so viel für Hinterwerk da. Gute Idee. Mach das, drücke dir die Daumen. Aber zuerst bist du dran. Du hast es fast geschafft. Wir zählen wir alle auf dich. Ja, Prost. Bin so froh, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Luisa. Die Umstände hätten besser sein können, aber du hast etwas von mir verändert. Ich war lange Zeit einfach ein resignierter Ex-Promi, der mit der Gesamtsituation unzufrieden, aber unfähig, etwas daran zu ändern. Wah. Dann bist du mit all deiner Energie dahergekommen. Du tust, was getan werden muss und lässt dir von nix und niemandem nachholen. Ich werde mir Scheiben von dir abschneiden. Aber zuerst möchte ich dir nur was sagen. Ich glaube, dafür bist du jetzt bereit. Ich hoffe, er zeigt uns nur ein Amulettplatz. Ich bin wirklich stolz, dich zu freuen, ihn zu machen, Luisa. Und jetzt geh und mach ihr natürlich heiß. Okay, klar. Mach mal. Hey, schönen Abend gehabt. Ich habe meine Beziehung hingepflegt. Ich brauche so viele Verbündete wie möglich. Ist sie eifersüchtig? Das Rohr am See. Seit gestern kommt kein Glibber mehr raus. Ich habe eine Taschenlampe mit. Gehen wir das Geheimnis lüften. Gehen wir. Wenn da jetzt kein Glibber mehr rauskommt, muss etwas passiert sein. Besorgen wir uns ein Boot und gehen der Sache auf den Grund. Sehr cool. Wir haben noch gar nicht über das große Erdbeben geredet. Geht es dir und deiner Familie gut? Unserem Haus ist nichts passiert, was du das meinst. Der eine Vorteil eines winzigen Zuhauses. Es wird weniger wahrscheinlich von einem Tentakel getroffen. Bei meinem Freund David sieht es aber anders aus. Eins der schleibenden Dinger hat ihre Garage in Schutt und Asche gelegt. Sein Papa ist Fuchsteufelswut. Fuchsteufelswut. Okay, da wären wir. Jetzt wird eingebrochen. Warte auf mich. Ich hasse es, mit anderen Schritt halten zu müssen. Ah. Ja. Müssen wir sie beschützen? Wir laufen einfach vor. Bist du, hörst du das? Ich hätte schwören können, dass ich was gehört habe. Wie wäre es, wenn du vorangehst? Nur ein paar Schritte. Du bist immerhin mit dem Schwert und so. Geht klar. Jetzt wollte ich eigentlich gerade noch mit dir quatschen. Ich habe noch nicht so viele Monster aus der Nähe gesehen, aber die haben irgendwie anders gewirkt. Die will ich nicht in letzter Zeit immer öfter. Das sind die aus dem Pseudo-Dungeon. Die haben auch das Dorf überfallen. Ist das eine Monster-Fabrik, ja? Stell dir vor, du wärst die Bürgermeisterin, die böse Bürgermeisterin Luisa und du errichtest einen fiesen Pseudo-Dungeon. Wie sorgst du dafür, dass da Monster drin sind? Ich glaube, ich weiß, was uns am Ende dieses Roars erwartet. Wie früher wir wieder abhauen können, desto besser. Ja, es kann nicht mehr weit sein. Hoffen wir mal, dass wir hier gleich richtig Action haben. Da hätte sogar die Bürgermeisterin enthaupten können. Bingo! Siehst du das alles? Wow, da drüben. Und die sehen uns nicht, ja? Drück auf den Knopf. Was ein Jumpscare. Lauf, Luisa, lauf! Jetzt mit dem Kajak. Oh nein, Thea! Oh Gott, ich hoffe, sie wird lebendig rausgespült. Ich geht, ich bin voller Glimmer. Mama wird ausrasten. Weißt du, langsam habe ich das Gefühl, dass der Pseudo-Dungeon doch nicht der einzige Grund für die Erdbeben ist. Das Gefühl habe ich auch. Die Wagner konnte sich nicht einfach darauf verlassen, dass nie wer ihr einen geheimen Dungeon finden wird. Früher oder später hätte ihn bestimmt jemand gefunden. Nun, puff, keine merkliche Gelddruckmaschine mehr. Also hat sie dieses Labor gebaut und einen Haufen Nerds reingesteckt, damit sie... Na? ...Monsten erschaffen kann? Die Magie verändern? Mensch, du bist echt nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? Hallose. Sie will die Magie in etwas anderes verwandeln. Etwas Dauerhaftes, etwas Beherrschbares, etwas, das sie leicht kontrollieren kann. Ich wette, damit will sie dann das große Geld machen. Das wird eine Katastrophe. Es kriegt sie mit einer Macht an, die sie nicht einmal ansatzweise versteht. Das führt zu einer Katastrophe. Du hast keine Zeit zu verlieren, sie hat völlig den Bezug zur Realität verloren. Die Monsterrandale im Dorf, jedes Erdbeben schlimmer als das letzte. Du hast dein Ziel fast erreicht. Sie wird jetzt volles Risiko gehen, um ihre Forschung noch rechtzeitig abzuschließen. Und wir alle werden den Preis zu bezahlen. Beeil dich. Ich rudere, ja schon. Aber in die falsche Richtung. Ei, 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 ei. Ja, unsere Entspannung könnte noch ein bisschen größer werden. Das ist das einzige, was richtig fehlt, ne? Ich frage mich aber, da steht Schwerter, höhere Crit-Rate. Kann man auch andere Sachen als Waffe benutzen in dem DLC oder sowas? Wäre ja natürlich stark, ne? Ich frage mich aber, da steht Schwerter.